...möglichkeit mehr, ne, weil ich jetzt machen konnte. Und so wollen wir 2038... ...1951. Erstmal wieder bei... ...Dings hier. Ich arbeite mit Regenschirm, bei Selken jetzt gerade. Und da scheint sie noch nass zu gehen. Ich darf auch nass zu machen. Ich darf auch nass zu gehen. Hallo, Amanda. Connor, ich habe dich erwartet. Gehen wir ein kleines Stück? Ich habe extra einen Schönen mitgebracht. Vielleicht sollten sie mich lieber austauschen. Hm. Konntest du etwas herausfinden? Tagebuch. Ich fand sein Tagebuch. Aber es ist verschlüsselt. Die Dechiffrierung kann Wochen dauern. Was noch? Zeichen auf den Wind. Die Fälle des Apartments waren mit Labyrinthen und anderen Symbolen bemalt. Wie andere Abweichler schien er wie besessen von RA9. Du warst kurz davor, den Abweichler festzunehmen. Wie entwickelt sich deine Beziehung zu diesem Lieutenant? Er schien dankbar, dass ich sein Leben gerettet habe. Er hat nichts gesagt, aber ist auf seine Art ausgedrückt. Es bleibt nicht viel Zeit. Die Abweichung breitet sich weiter aus. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Medien davon Wind bekommen. Wir müssen das beenden. Um jeden Preis. Ich bringe diese Untersuchung zu Ende, Amanda. Ich werde sie nicht enttäuschen. Es gibt einen neuen Fall. Geh zu Endeson und untersuche ihn. Wir müssen in Ordnung zu lassen. Danke. 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 Oh, fuck. Lieutenant Anderson! Jemand zu Hause? Hm. Sieht nicht so aus. Oder er hat keinen Bock mit dir zu reden. Hm. Oh, ich zeige das nicht. Oh, das ist gut so aus. Oh. Oh, ich glaube, das macht es gut. Lieutenant Anderson! Diese Warte hat noch seine Scheibe kaputt. Warte von Alco, Schabscher-Wessky, 40% Herz, leichte Atmometrie, keine Abzeitmannst 3 5 7 4 Aufwachen, Lieutenant Ich bin es, Connor! Das war die Fresse garof. Hey, was ist los? Das hat nicht angelegt. Verpiss dich aus meinem Haus. Tut mir leid, Lieutenant, aber ich brauche sie. Leid, Lieutenant, auf geht's. Danke im Voraus für Ihre Kooperation. Hey, verpiss dich, ihr Fäß von hier! Ja, hainsch dem Geeza! Guter Hund! Guter Hund... Weiß ich. Hast du! Ich glaube ich muss koszen. Jo. Lass mich in Ruhe, du Arschloch, ich geh nur nirg bour in. Was soll ich so sagen? Ich fühle mich warm. Ich fühle mich warm. Danke. Es ist zu Ihrem Besten. Aaaaaaah! Aaaaaaah! Aufmachen! Aufmachen! Aaaaaah! 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 Sehr gut. Vor 43 Minuten wurde ein Mord gemeldet. Sie waren nicht in Jimmys Bar, also bin ich hierher gekommen. Aaaaaah! Scheiße, ich bin bestimmt der einzige Cop der Welt, der im eigenen Haus vom eigenen Scheiß Androiden angegriffen wird. Aaaaaah! Kannst du mich nicht einfach in Ruhe lassen? Vielleicht geben Sie den Fall ab. Jemand anders wird zugewiesen und ich kann meine Mission fortsetzen. Deine verdammte Mission, alles andere ist dir egal. Hören Sie Lieutenant, Sie sind nicht Sie selbst. Sie sollten... Verpiss dich, verstanden? Verschlimme endlich hier! Ich verstehe. Ich hoffe wirklich, dass Sie Ihre privaten Probleme bald lösen. Dieser Mordfall. Was wissen wir darüber? In einem Sexclub in Downtown wurde ein Toter gefunden. Oh, auch mal in einem Sexclub. Der könnte ein Android involviert sein. Hm. Naja, ein bisschen flische Luft würde mir sicher nicht schaden. Im Schlafzimmerschrank sind ein paar Klamotten. Ich hole sie. Was will ich alles tun? Was möchten Sie anziehen? Oh, scheißegal, es ist mir gut geworden. Komm, hippie-Kling-Buff. So ein hippie-Kling-Buff. Oh! Du zweit不是 restrictions. Ah. Wunderbar. Jetzt... Gib mir einen Punkt, okay? Klar! Schau den Siegertschwert! Präsidentin Warren fragt vor dem Kongress eine deutliche Beinigung an Russland aus und forderte den sofortigen Rückzug aller russischen Truppen aus der Arktisregion. Stimmt dabei, aber... ... das ist noch nicht der Wesen, doch dies ist eine weitere Eskalation des Konflikts. Die Ostfahrten erfüllt nun, dass ein dritter Weltkrieg jeden Tag weiterentwickelt. Verstorben, Anderson Paul. Wir waren es, 1.9. 2.29, gestorben, ab der Siegerzeit. Ja. Ich bin ja ab der Siegerzeit. 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 Gernbar schalten. Seid schön brav, Sumo. Ich bin gleich wieder da. So nett! Ja, mehr konnte ich halt nicht finden, weil... Ich habe nicht mehr geklappt! Ich habe nicht mehr geklappt! Ich habe nicht mehr geklappt!